Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video, wieder mit FIFA 20, Schweizer Köpfe und heute geht's gegen Servet. Und heute steht hier das Viertelfinale dieses Wettbewerbs an. Die Atmosphäre ist schon sensationell. Das Viertelfinale steht an, Wolf, es wird immer spannender und ich glaube, es wird auch immer besser. Beide müssen heute ihre Stärken auf den Rasen bringen, müssen Leistung zeigen. Das ist eine ganz enge Geschichte. Klasse Pass. Kein gutes Timing, deshalb ist er ins Abseits gelaufen. Ich hoffe, euch hat es bis jetzt gefallen, dass ich FIFA spiele. Die Kommentare gab es nicht. Also ich hoffe, es euch gefällt, dass ihr FIFA durchspielt in den Mitteln. Ich habe gesagt später, er kommt sicher noch an der Rät. Da ist Platz. Wieso redet ich schnell wieder Hochdeutsch, Mann? Jetzt kann er die Flanke bringen. Den klärt er gut. Oh, fuck. Kommt wir zur heutigen Ausstellung der Gäste. Wir sehen, wenn ich heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass er nur eine Spitze dabei ist. Ich warte jetzt, bis dann mal fertig geschnurrt. Äh... Scheiße. Jetzt habe ich ein wenig geschlafen. Also das holen wir wieder raus. Das holen wir wieder raus. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Hey, das sehe ich so. Ball im Haus, Klasse 2 Kampf. Einwurf jetzt. Klasse Technik. Nicht raus, jawoll. So, jetzt müssen wir schauen, dass wir hier vorwärts machen. Sonst sehen wir nicht gut aus. Das sehen wir dann schon draußen. Und das sehen wir ja alle zusammen nicht. Loll. Hör. Ja, das ist nicht toll. Fuck. Schön, ja ja. Ball wieder weg. Gewöhnlich, oder? Jetzt. Jetzt! Jawoll! Was für vielleicht! Es ist der Ausgleich, Diga! Nice, Diga! 1-1! Ich habe gesehen, wir werden es noch mehr. Nein, ich schlafe ihn nicht mehr noch mal an. Nee, Zuschauer ist angesagt. Klasse vorbereitet, der Treffer. Also das ist jetzt gerade los. Sieht gefährlich aus. Das wird nichts mehr als mit Abstoß geben. Jawoll, das sage jetzt ein Schildertes Scheiß. Offline. Schwegler. Oh, nein! Ja! Ei, ei, ei. Schade. Fall! Und mit was, dass wir das sicher auch noch, ähm, werden... Wir werden den Db-Pokal machen mit DVB. Und nachdem, dass wir das durch haben, werden wir schauen, was wir aus nächstes machen. Also... Ob wir jetzt... weiterhin FIFA machen, oder... Ob ich... Ah! Oder ob ich da etwas anderes stelle. Ich weiß nicht was, aber ich denke, das ist wichtig, In-Chi. Schnapp Pause, Stopp! So. Kann es weitergehen. ja nee ist klar die gar die gar ja 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 nein er hat es etwas werden können da ist platz auf dem flügel klasse pass könnte jetzt was werden ich hatte das was immer das ist vielleicht die chance durch die reaktion ja logisch gibt es wieder vorteil verdient ich hasse das so sehr klasse aktion ball ist weg was macht er draus ho nein er hat nur so kunden lohnt nein man ist hier immer noch am ball er schiebt er tut ja er passt nicht ich hasse das sehr du doch wechseln da verlieren sie den ball geht da mit vollem einsatz zum ball ah was packt der unparteiische drauf zwei minuten ja so bitte man weiter diese szene immer noch gefahr nöler die zweite hälfte wurde angepfiffen wurde angepfiffen ja wei ey ballverlust dann können sie erst mal klären ja hoffentlich können sie klären woher ah ecke ist ecke kommt da ist der keeper ganz energisch der ball ist erst mal weg fängt diesen ball ab fängt diesen ball ab sieht gefährlich aus an ja 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 Was für fair? Da war nichts mehr fair, Kollege. Probieren wir es. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Macht er gut. Ja, könnte was werden. Hey, ich kann mich nach der Ecke nie richtig dingseln. Aufstellen. Jetzt wird es gefährlich. Ah, fuck it. Ich habe eigentlich noch gegen ihn gezielt. Aber von dem hat man jetzt gerade gar nichts gesehen, oder? Oh. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Ja, ja. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Alter. Ja, ja. Da haben Sie jetzt Platz. Komm dran, Junge. So, Platz für die Flanke. Oh, Ball gewinnen. Hätte gefährlich werden können. Auf jeden Fall, was ich nicht machen wollte, ist Penalty schiessen. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Ja, klar, Junge. Wieder so ein Klasse-Pass. Guter Einsatz. Ball ist erst mal wieder weg. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Gefährlich. Oh, fuck. Klasse-Pass. Block den Schuss erst mal ab. Nein, hat er den nicht gehabt. Also, ich meine, der Mitspieler von... ganz sicher, auch dieser Ball kommt da. Der ist so innen, Mann. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Ah, fuck. Gute Aktion. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Super Pass jetzt. Was macht er draus? Hä? Alter, wie weit soll ich noch rein zielen? Leck, komm rein, mach noch ein paar Gold. Alter, aber es ist manchmal so komisch. 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 Jetzt ist es gefährlich. Sieht gefährlich aus. Fairer Einsatz. Nein. Tika. Ja. Ja. Und da gibt der Freistuss. Da gewinnt er den zweiten Ball. Hä? Hat er das gesehen? Der Spieler hat einfach... Ballverlust. Ja. Jetzt müssen Sie aufpassen. Und die Chance. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Nein, Mann. Mann. Macht er gut. Schön dazwischen gegangen. Ah, jetzt hat er ihn gerade nicht. Ah. Jetzt haben Sie den Ball. Schaffen Sie hier doch den Sieg? Die Fans glauben daran. Ich glaube auch daran. Mit dem Ball am Fuss Richtung gegnerisches Tor. Schulz. Ja, könnte was werden. Kann er was draus machen? Eben, es könnte. Ganz energisch. Gefährlich. Und aus der Szene könnte... den Ball. Ja. Ja, genau. Digga. Nein. Ey, please. Auch kurz vor Schluss will ich hier keine Prognose abgeben. Noch ist alles möglich. Ihr könnt jetzt noch mal gefährlich werden. Klasse, pass! Hey, das kann doch nicht sein, Digga. 2 Minuten willkommen in Ihrer Nachspielzeit. Ich hasse das. Hey, Alter. Fuck. Also ich tue da schnell das Video pautieren. ...